ja hallo liebe youtube freunde nach langer zeit endlich mal wieder ein video von mir 2018 habe ich mir vorgenommen dass es endlich mal mehr werden sollen wieder und ja letztes jahr ich war auf sehr vielen konzerten unterwegs als fotograf eine menge spaß gemacht aber was ich gemerkt habe dass ich probleme kriege mit meinem großen vw bus und mit parken viel spritverbrauch steuern teuer und da ich immer mehr termine für eine zeitung in einer etwas größeren stadt habe habe ich mir gedacht ich schaue mich mal nach einem anderen wagen um ja und da sitze ich gerade drin und jetzt nicht lachen ich mir vom vw bus auf einem smart 450 umgestiegen und ja was ich jetzt gemacht habe das wollte ich euch gleich mal zeigen ja und da ich auch schon sehr viele konzertfotos von mir drauf hatte und das immer toll gefunden habe habe ich mir gedacht mensch aus martin muss das genauso aussehen und habe das folienwerk niemand besucht im branche immer ganz tolle arbeiten machen mit fahrzeug folierung und so und ja was dort passiert ist das seht ihr jetzt wünsche euch viel spaß danke so so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020